Hey Leute, ich bin gerade fertig, das TipTap-Video Errate das Wort und du bekommst es zu schneiden und jetzt kommt auf meinem Kanal nochmal dieses Video Errate das Wort und du bekommst es in der Uncut-Version, also ohne Schnitte. Nun wurde ich auch schon das eine oder andere Mal gefragt, so, äh, da sind ja Schnitte drin. Das sind keine Schnitte. Manchmal machen wir noch die Kamera aus und später dann wieder an. Also, das sieht dann vielleicht aus wie ein Schnitt, aber da geht einfach definitiv nur die Kamera aus. Ähm, das passiert halt mal, weil man filmt halt nicht so in einem Stück durch. Ja, also, auf geht's, viel Spaß damit. Nein, der ist der Brot. Wir fangen an. So. Herzlich willkommen bei TipTapTube zu diesem neuen Video. Heute wird es richtig geil. Wir werden uns heute ganz viele Sachen auf die Stirn schreiben. Bis wir sie, komm, was ist euch hier? Sollen wir sein Handy geben? Warum? Gebt das jetzt her. Ich erkläre euch kurz das Video. Ich werde euch erst irgendwas auf die Stirn kritzeln, so wie zum Beispiel, hm, was gibt's denn so, Lego? Ja. Dann schreibe ich Lego rauf. Wenn er dann das errät, also wenn er merkt, ich schreibe Lego, dann bekommt er Lego. Aber wir haben noch ganz andere Sachen überlegt. Viel Spaß mit Lego. Also, es wird ein bisschen extremer natürlich. Lego war nur ein Beispiel. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Wer will anfangen? Ich fange an. Ich fange an. Ich fange an. Mir warte das Beste zum Schluss, ne? Ich will schreiben. Du willst schreiben, dann schreib du bei Papa direkt, okay? Also, wo ist der Stuhl, wo ich mich draufsetzen muss? Bleibt stehen hier einfach. So, ich würde sagen, Ash hat sich was überlegt, was Papa raufschreiben kann. Papa, du musst dich jetzt anstrengen. Nicht so viel, nicht so viel. Schreib mal in Spiegelschrift, damit ich das mal lesen kann. Nein, nein, jetzt musst du raten. Warum stinkst du denn immer so? Wir haben Bärlauch gegessen. Ich denke, Bärlauch hatten wir gesagt, das stinkt ja nicht mehr. Am nächsten Tag. Mega. Also, schreib jetzt. Ash, leg los. Also, Buchstaben nach Buchstaben. Wie bitte? Mach mal deine Haare hoch. Was ist denn mit meinen Haaren hoch? Mach deine Haare hoch. Ich bin froh, dass da noch Haare sind. Lass die unten machen. Schreib dir nicht auf die Haare rauf. Ja, dann machst du doch weg. Machst du kurz. So, ich würde sagen, ich komme. Jetzt mach das kurz. Schreibst du mir einfach auf den Arm? Nein. Auf die Stirn. Warte mal, nimm das mal runter hier. Junge, du stehst. Ich muss lachen, wenn ich das sehe. Ja, zu mir. Mach das runter. Junge, du stehst. Noch einmal sagst du zu mir. Junge, du stinkst. Dann mach dein Mund zu deinem Mund hier. Komm her jetzt. Mach deinen Mund zu. Mach deinen Mund zu. Mach jetzt. Mach du mal. Nimm deine Hand aus dem Gesicht. Nimm die Hand aus dem Gesicht. Okay, Buchstabe nach Buchstabe. So, nicht so schnell, nicht so schnell. Okay, Papa hat irgendeine Vermutung oder noch nicht? Ich bin raus jetzt. Am Anfang habe ich irgendwie A, B, W oder irgendwie so. A, B habe ich nicht. Also mit T. Nicht zu viele Tipps geben. Abt. Nee, T, A, B. Tab. Tab. Was ist Tabtab? Tipptabtube. Was? Was mit Tabt? Tablet. Nein, ist falsch. Tabletten. Nein, auch nicht. Nein, er redet er nicht. Du hast viel zu schnell geschrieben. Ja, eben. Ich rede langsam, ich lese langsam. Okay, also erste Runde. Warte, warte. Dafür, dass er so schnell geschrieben hat, kriege ich jetzt nochmal einen Tipp. Dritter Buchstabe. A, B habe ich. T, A, B. T, A, B. Also der vierte Buchstabe meine ich. A. Tabasco. Wieso habe ich das jetzt geraten? Ja, das ist schwer. Das ist eine sehr gute Frage. Das hat mir mal richtig. Ja gut, ich hol uns Tabasco dann an der Stelle. Oder machen wir es gleich? Den machen wir jetzt. Ja. Leute, ich habe Tabasco ganz kurz von oben geholt. Papa, für dich zur Info, das ist mit Barbecue-Geschmack. Überlegt ihr, ob du mir das geht? Das sind nur zwei von fünf Flammen. Also Luft nach oben ist auf jeden Fall. Flammen? Ja, Scherz. Was bedeutet denn eine Flamme? Schaf. Also scharf ist es auf jeden Fall. Was soll ich denn machen? So Mundkippen. Alles? Nein, du musst das so schütteln. Das ist nur ein Tropfen, kommt da raus. Da kommt nur Tropfenweise raus. Boah, stinkt das, Alter. Nein, nicht Papa, das ist Tabasco. Nein, das riecht echt extrem. Ich muss erst mal wissen, wie viel das ist. Nein, 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 nein. Ein Tropfen. Du musst schütteln, sonst kommt da nichts. Ich habe eben geschüttelt, das hast du nicht gesehen? Warum macht es dir auf die Hand? Ein Meer. Das ist nur ein Tropfen. Warum macht es das auf die Hand? Weil wir testen, weil nicht viel rauskommt. Das reicht mir. Nein, das reicht nicht. Das reicht mir. Okay. Ich wollte das ja nicht mal raten. Ich kann das auch als nächstes. Hättet ihr da nichts Sinnvolles stehen können? Also Wohnmobil zum Beispiel? Ich schreibe dir was drauf. Wofür ist das? Bitte Stirn. Ach ja. Guck mal, so siehst du aus. Sieht doch cool aus, ne? Eigentlich ist bei mir so viel Platz zum Hinsparen. Jetzt ist er stramm mitraten. Was nehme ich für den? Was Gutes oder was Schlechtes? Das habe ich schon gekauft. Was sagt ihr denn so? Soll ich was Schlechtes oder was Gutes nehmen? Ich weiß nicht. Okay. Entschuldigung. Das ist gut schon. Aber langsam schreiben dann, ne? Dass man da mitkommt. Oh, Buchstaben, Buchstaben. Was denkst du? Was denkst du? E. Ja. N. E. Ja, Energy. Aber ich kann mal kurz enden. Ena. Energy ist richtig. Du hast natürlich jetzt die freie Wahl. Ich gebe dir... Habt ihr oben was? Dann gehe ich jetzt unter dich hoch. Vielleicht mal gibt das Energy hier. Dann müssen wir gar nicht hoch. Dann müssen wir gar nicht einkaufen. Gut. Gut, ist bei uns Selbstbedingungen heute. Wer will das Nächstes? Ich kann es jetzt bei dir schreiben. Okay, perfekt. Also, ich würde sagen... Komm. Was? Komm, ich muss mit der Kamera. Ja, okay, ich mach was mit. Ich muss sagen, Ash, hast richtig gut geraten tatsächlich. Ich kann dir nicht garantieren, dass wir was da haben, aber ich glaube, wir haben so Standard da. Nee. Da, einer ist da noch. Einer, der zu ist. Das ist wirklich. Jawohl, ich würde sagen, du würdest... Du würdest heute ne was? Ne, diesen auslassen und zulassen am besten. Gibt es jetzt irgendwas cooles? Nein. Ich denke nicht, dass es... Für Chris' Video ist das. Leider noch nicht offen. Kannst du Energy gerne nehmen? Freust du dich drüber? Ja. Mach mal. Ich freue. Damit die nötige Energie da ist. Geh auf damit. Hier gibt es keine Energy. Was ist da drin? Taurin? Oder noch irgendwas Fieses? Halt ihn mal fest. Nein. Halt den Rest ja dafür ausgetrunken, Mann. Was steht da draus? Ab 16? Nein. Ab wann dann? Ab 12. Du wolltest gerade rülpsten? Hab ich. Achso. So, okay. Papa, du filmst. Ich bin dran mit Raten. Mama schreibt mir irgendwas drauf. So, let's go. Okay, ich strebe mich an. Mama, hast du schon ein Wort für mich? Mit Taurin belebt Geister und Körper. Oh, fühlst du dich jetzt belebt, richtig? Okay. Töte ruhig dein Hirn. Guck mal, was er macht. Ich will das gar nicht sehen. Das Ding ist gleich leer. Ja, das ist eine Sache. Soll er es machen. Wird sich schon freuen. Warum bist du so groß? War das ein Buchstabel? Mhm. Ö. Warte, warte, warte. Soll ich nachzeichnen? Nein, weiter jetzt. Dann B. K. Shit. K. Ja. Wissen Sie schon? I. W? Nein, warte. Wir könnten W, M oder N sein. Mach weiter. Das war ein O. Kino. Ja. Oha. Wer lädt hier W ein? Ich. Ja, W. Kann ich mit? Alle. Alle? Ja. Ey, welchen Film? Ey, kennst du Mario? Ich krieg Tabasco, ey. Hast du den geguckt? Den müssen wir gucken. Kennt ihr Mario-Film? Nein. Noch mal gucken? Mario-Film. Ich kenn nur das Spiel. Ich kenn nur das Spiel. Ich hab den gestern geguckt, aber ich will den nochmal wieder gucken. Echt? Ich will auch Titanic gucken. Kommentiert mal jetzt, ob ihr den neuen Super Mario-Film geguckt habt und wie ihr ihn fandet. Ich fand den richtig geil. So, ich würde sagen, demnächst viel zu viel im Kino. Kriege ich gerade noch mit Leo auch. So, wer will jetzt Mama? Willst du bei Mama mal draufschreiben? Ja. Nächste Runde. Esch schreibt jetzt Mama was auf die Stirn. Also ich würde sagen. So lang. Oh mein Gott, das ist Chrissy Schminke. Daher kannst du dir noch was Neues holen. Okay. Okay, also Esch, hast du was, was du Mama schreiben kannst? Langsam. Langsam und Buchstabe für Buchstaben. Oh, perfekt. Das war zu viel abgebrochen. Jawohl. Also nicht so viel rausfahren, sonst bricht es ab. Ich kriege nicht. Lade, egal. Also. Leg los. Stopp. Was denkst du? Mal noch mal, Anna. H. Oh, ja. E. Ja. Oh, war soweit. L. L. Hallo. Hallo. Mann. Willst du Esch, willst du Mama Hallo sagen oder was? F. Was ist das für ein Buchstabe? Die darf ich mal lesen, oder? E. Es schreibt Schreibschrift, ne? S. Junge. Wie lange willst du das sofort haben? HelloFresh? Ja, ist richtig. Warum HelloFresh? Das sehe ich dir gleich, okay? Das sehe ich auch gleich? Ja. Okay. Nächste Runde, Papa, du darfst raten, okay? Du kriegst wieder irgendwas Schönes, Scharfes. Also streng dich an. Wenn du es errätst, ist es gut. Für alle. Und wenn das was Schlimmes ist und ich errate es, muss ich es nicht nehmen. Das war kompliziert. Mach weiter. Einfach Konzentration, okay? Erste Buchstaben hast du geschrieben? Weiter. Okay. Du bist ja ziemlich sicher, was ich da rauschreibe. Weiter. Okay. Papa scheint sich immer noch ziemlich sicher zu sein. Weiter. Jetzt ist die Verwirrung. Ich weiß nicht mal selber. Hä? Als ob du das nicht weißt, was ich schreibe. Weißt du, was ich schreibe? Sushi. Was sind die ersten Buchstaben? Ja, ist richtig. Sushi. Und zwar dachte ich mir, Leute, wir waren, wann waren wir das letzte Mal in Dänemark Sushi essen? Letzten Monat. Ja, neuer Monat, neues Dänemark, das ist wie möglich, sagen, oder? Genau, dann können wir gleich den Woni mitnehmen und da ein bisschen auf dem Campingplatz bleiben. Genau, ich will sagen, ich lade euch ein. Campingplatz. Nein. Eine Woche in Dänemark. Sushi essen, meine ich eigentlich. Sushi essen. Da sind Christian ja auch sehr gerne dabei. Ich danke dir. Das nächste Mal, was gut ist. Sehr gut, dass Papas er warst, dass du hat. So, wer war als nächstes? Ash? Was geht? Was geht? Leo, dich kann man ja auch mal nehmen, ne? Ja, genau. Oh, Leo, ich schreibe mir das auch mal aus. So, du redest, okay, was ich mache? Normal. Guck mal. Ich schreibe ein L, I, C, K. Ja, perfekt. Leckerli. Oder Nala. Nächste Runde. Okay, seid ready? Ash, bist du bereit? Fühlst du dich mental in der Lage dazu? Nein, das macht dir perfekt. Ähm, kurz einmal mal im Kopf durchgehen, was ich dir draufschreiben könnte. Jetzt habe ich auch schon tatsächlich eine Überlegung. Okay, ready? Ja. Okay. Pö, ö? Was denkst du? Pö, pön? Pöne, pö, warte, warte, warte. Pöne, pöne. Ist Ö richtig? Ö ist richtig. Ja. P, P auch richtig. Warte, ich lasse mich jetzt den letzten Buchstaben noch machen, okay? Döner, ach so. Hahaha, let's go. Hast du Bock auf Döner? Nein, ich habe keine Hunger. Leider. Morgen. Leider. Ich wollte eigentlich heute Abend. Eigentlich wollte ich heute Döner essen gehen. Vielleicht, vielleicht habe ich noch Hunger heute Abend. Das wie Kraut, Gemüse. Dann nehme ich halt für mich zwei Döner, wenn du keinen haben willst. Geht auch für den. Ja, das ist klar. Was ist los, der Frankfurter? Es ist Sass. Was? Sass? Sass, ne? Was hast du gerade gesagt? Der Frankfurter? Ne, das ist danach. Sass. Sass. Okay, Papa, du wirst benötigt. Sass. Gibt irgendwie den Abkürzungsfänger? Mama möchte jetzt bei Papa was draufschreiben und hat sich, oh. Das ist süß geworden. Das ist ja sehr süß. Wie süß. So, schreib mal drauf, leg los. Aber ich muss mir nur startfischen drauf. Nein, ist egal. Ich kann mir einfach hier an der Seite hin. Nein. WTF, okay. Die nächsten. Oh, so rum. Ja, also das kann man, also. Nee, ich glaube, das kann man. Ja, also for real, also jetzt mal ehrlich, also. Auf der Kamera sieht es auch mega random aus, wie es geschrieben ist. Das geht nicht mehr ab. Hier ist eine kleine Kuschel schon in der Zwischenzeit. Das ist einfach. Oh, das steht echt ein. Fertig, abgeschminkt? Guck mal, blaues Auge hat er jetzt. Okay, ready? Leg los. Lass meine Haare dran, da sind nicht mehr so viele. Leg los. Okay, Buchstabe 1 ist geschrieben. Was denkt der? Verwirrung hoch. Aber du schreibst Buchstaben echt komisch, muss ich sagen. Weiß mal ehrlich, Mama, das ist ein random. Also, das ist, also. Schreibt man ans Buchstabe. Also, der Buchstabe. Das ist ja so, als ob du Schreibschrift. Ja, okay, dann kann ich Schreibschrift. Druckschrift einfach. Ja, was für. Hä? Gibt es mal ein anderes Wort? Okay, machen wir weiter, machen wir weiter. Vielleicht kommt es ja leider noch drauf. Junge, du, wie, egal, mach weiter. Du willst auch nicht, dass das passiert, oder? Hä? Ich kann das jetzt nicht. Wie, wie, also, for real. Aber wie schreibst du? Wie schreibst du? Also, jetzt mal komplett. Wie schreibt ihr dann? Was ist das für eine Schrift, Junge? Das ist. Das kann ich nicht mal lesen, obwohl ich hier in der Schrift stehe. Könnt ihr erkennen, was da steht? Ach so. Kommentiert mal. So kannst du das nicht lesen? Ja, das kannst du. Okay. Leg los. Also, Papa, die Hausaufgabe gerade aus irgendeinem... Weißt du, wie Druckbuchstaben gehen? Papa, die Hausaufgabe gerade irgendwo... Irgendwo in ein Haus in die Luft gejagt wurde. Und du daneben standst, oder so. Das ist ein Tag mit Marie. Und dann war es das. Das ist jeden Tag so. So, okay, jetzt schreib. Es soll einfach nicht sein. Einfach, einfach... Ich schreibe immer sogar in meine Serie. Was ist das denn mit diesem Buchstaben? Ey, nein, das breche ich mir ab, dass wir es nicht erraten. Schreib noch zu Ende, aber vielleicht kommt Papa drauf. Ein U. Ja, nicht spoilern, Mann. Ein U, das geht so. Das ist ein V für mich. U, und nicht so. Ein U schreib nicht so. Was war das denn? Genau das war... Schreib zu Ende, aber keine Tipps geben, ey. Bitte, große Druckbuchstaben. Okay. Okay, nicht vor, aber sagen. Das sieht schon besser aus. Immer noch nicht lesen. Weiter. Riesengroße Leere. Nee, ich weiß schon. Wir haben ja bisher alles erwartet. Da ist dein... Da steht Urlaub. Ja! Siehst du. Glaubst du es mobil, oder was? Nein, nur Urlaub. Im Wohnmobil? Nein, in Dänemark. Mit dir? Ja! Ich würde sagen, Mama hat gerade Papa zu einem Urlaub eingeladen. Wann wollt ihr weg? Heute? Morgen. Perfekt, Ash. Ey, Ash, wie lange sollen die weg sein? Lange. Also, wir sagen, der Urlaub wird geplant. Wer will euch mal was auf die Stirn gekritzelt bekommen? Will ich mitkommen? Ich glaube, Ash und ich bleiben hier, oder? Ja. Perfekt, wir machen die Bude hier unsicher. Ich beende das Video. Wieso war ich mehr dran als ihr? Ich war nur einmal dran. Ich war nur einmal dran. Soll ich? Ich war einmal. Hey, mega nicht. Gibi, kannst du weiter schlafen. Also, wollt ihr mir noch mal was aufschreiben? Ja, okay. Sollst du mich nicht, wie sollst du diese Scheißkiste da weghacken? Kann man nicht das verstehen? Was? Ja. Sag was, was du musst. Ja, los. Läuft! Ja, was soll ich sagen? Das wollen wir mal drauf. Was macht das? Ich schreibe was mit Mama drauf. Mach mal motivierter. Ich schreibe was mit Mama drauf. Nochmal. Ich schreibe was mit Mama drauf. Jetzt nochmal richtig. Ich schreibe was mit Mama drauf. Ja, ein bisschen mehr reden. Ich schreibe was mit Mama drauf. Na los. Er muss das mal abgucken, was er... Das ist natürlich nicht ins Video. Das darf nicht ins Video rein. Oh mein Gott. Es beginnt. Ah. In welcher Welt ist das ein Ah? Ich hab das so gelesen. Immer noch keine Schreibschrift. W. Schreib weiter, schreib weiter. Nee. Wenn ich jetzt schon nicht weiß, was es sein... W umgedreht. W umgedreht M. Ihr macht zu viele Tipps. Ja, ehrlich. Ihr gebt viel zu viele Tipps. Ich muss direkt sagen, was du drauf schreibst. Ist so. Oh. Mach weiter, mach weiter. Das ist scheiße. Dann reden wir mal was halt nicht. Was steht drauf? Amok. Jo. Überleg mal. Wie kann ich Amok geschrieben haben? Amok. A. M. 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 Vier. Das sind drei. Das sind vier Buchstaben. In welcher Welt ist ein Buchstabe ein Strich? Darf ich bitte lesen? Aber du bekommst es nicht. McDonalds. Ja. Das werde ich niemals erraten. So, eine letzte Sache muss der Beier schraufschreiben. Und wie fängt Amok mit M an? Ich dachte, du hast wieder angefangen. Okay, bist du ready? Die letzte Sache für heute. V. Vapen, Vapen. Doch nicht. Ja, guck mal auf Vapen. V. Vapen. Aber nicht mehr. Nicht? Wieso? Hab ich hier alles hinbekommen? So, Aesch, komm mal. Ich fahre jetzt ein. Ich fahre jetzt kurz mit einem Eick aufs Shopping-Tour, oder? Nee, wenn man eine kleine Shopping-Tour will. Wieder mal auf, ja? Hast du was gesehen? Tschüss. Nee, nicht tschüss. Die dürfen nicht. Was denn? Heute ist Sonntag. Gibt zehn Links. Nur Mac is. Wir fahren auch mal, ne? Hier, nimm die Kamera mit. Dann hab ich später. Nö, nö. Darf nicht gezeigt werden.